Wo bin ich? Was ist dieses Ort? Walter? Dann muss das Spiel kurz nachladen. Zehn Jahre Rosenthal. Zehn Jahre Widerstand. Zehn Jahre Wunder. Zur Präsentation. Was ist das hier? Eine Maschine? Wo sind wir hier? Testprotokoll. 1997. Zehn Jahre vorher. Interessant. Zehn Jahre Fortschritt. Zehn Jahre Fortschritt. No, was? Ah. Walter? Irgendjemand? Eine Ratte? War da nicht die Rede vorhin von... Die Ratte war ein Testobjekt? Das ist eine Taschenlampe. Okay. So auffälliger kann das Rad da drüben nicht sein. Jetzt wiederholen müssen. Das Telegramm. 1997.15.1. Pavel aus der Kommunikationsabteilung hat mir heute dieses Telegramm übergeben. Der Junge war etwas durcheinander. Und ich... Und in seiner Hand hielt er die Nachricht, um die sich alles dreht. Ich versuchte zu verstehen, was auf dem Papier zu erkennen war. Wer ist der Absender? Fragte ich. Aber der Junge wusste es nicht. Der Telegraph hatte es am Morgen einfach ausgespuckt. Ich versuchte es nicht. Maschine Invasion. Maschine. Zu einer Maschine. Oh. Ähm. Sorry. Was? Was? Hm. Oh. Kann ich laut? Oh ne, Batterien für die Taschenlampe. Pistolenmunition. Das Telegram 2. Am Rand waren Massangaben zu erkennen und in der Mitte eine Art Diagramm, das eine Art Maschine darstellte. 97 Seiten waren es und alle zeigten sie Komponenten, die wohl ein grosses Ganzes ergeben sollten. War das Telegramm zufällig und an den falschen Empfänger gekommen? Wer weiss. You found a pickaxe. Die ganzen Geräusche gefallen mir gar nicht. Kein Zutritt. Kein Zutritt. Gleich wird doch was passieren. Vor allem wenn das Spiel speichert. Was ist das hier alles? Okay, der Ausgang. Der Aufzug in der grossen Halle funktioniert nicht. Wenn ich irgendwie einen Stromzufuhr bekomme, erreiche ich vielleicht die Oberfläche. Oh, mal schauen. Oh, mal schauen. Wieso ist der Strom jetzt an? Wieso ist der Strom jetzt an? Salpetersöhre. Vielleicht nützlich, wer weiß. Kriege ich gar nicht. Pistolenmonitionen. Gibt's hier irgendwo eine Schallplatte? Da liegt noch was. In the place with the books, where the green and white meet. Where the green and white meet. Hm. Diese Roboter stehen noch da. Oh, Gott. Oh, Gott. Was? Ich weiß nicht, wer du bist. Aber wenn du länger leben willst, 5 Minuten, dann solltest du da weg. Dann erzähl mir, wie? Der Stärkstück braucht. Die Stärkstück, die drüge hinter mir. sind dein nur hoge. Wer bist du? Hey, warte, warte, komm zurück! Ich habe mich nicht gebrochen. Pistolenmonition. Und dann hat er offensichtlich den Strom hier angeschaltet. Wahrscheinlich. So würde ich jetzt mal sagen. So würde ich jetzt mal sagen. Irgendwie ein bisschen, äh, Half-Life Alyx. Vibes. Mit solchen Maschinen und so Zeugs. Phosphorsäure. Gut, zu, zur Rostentfernung. Zutat platzieren. Ähm. Ein bisschen Meth kochen. Ne, Spass. Also, was? Apathit und Schwiftsäure. Sulfuracid Nitrit. Sulfuracid Nitrit. Also, Sulfur ist, glaube ich, Schwefel. Und das andere haben wir wahrscheinlich gar nicht. Oder noch nicht. Or-to-fos-f- Or-to-was? Or-to-bohr-säure. Deutrixomid. Ich nehme einfach mal von jedem zwei mit. Ammoniak. Oh, Inventar voll. Benutzen. Apathit. Apathit. Doof, dass es eher auf Englisch steht. Apathit. Porik. Eight. Hey, Water. Auch falsch. Apathit und Schwiftsäure. H3 und O4. H3 und O4. Apathit ist blau. So. Okay, dann nochmal. Ne. Einmal Apathit. Und. Das andere haben wir jetzt gar nicht mehr. Das hier hat A3. A3. Aber es ist glaube ich nicht Schäfesäule. Schäfesäule. Ich weiß zwar nicht, für was wir das brauchen, aber äh. Why not right? Wenn wir da schon was brauen können. Was ist das Richtige? Ich glaube es. Das sieht. Gut aus. Sehr schön. Schönen wir das gleich hier. Bei den Tod. Okay. Ich kann etwas finden. Um das Schäfesäule zu entfernen. Untertitelung des ZDF, 2020